Willkommen zu einem kleinen, sinnlosen Minigame! Hallo und willkommen zu einem kleinen Minigame mit meinem Mindstorms auf meinem Kanal. Es ist einfach ohne Sensoren, einfach nur mit den NXC-Tasten. Es geht darum, einen Roboter zu verschlagen. Dazu einmal den Tritt hier und das Unterteil. Und dann hier kann man dem Roboter noch Ohrfeigen geben. Das Spiel ist komplett sinnlos, es gibt noch nicht mal eine Punktanzeige. Ich habe es einfach mal so, mir gedacht, YOLO, dann programmier ich einfach mal so ein Spiel. Jetzt haben wir hier diesen Roboter. Und jetzt können wir hier treten, aber das heißt, da gibt es auch entsprechende Sounds mit den Händen für die Ohrfeige. Man kann, ich kann ihn jetzt aber hier auch nicht zweimal treten. Erst wenn ich ihn öfters mal mit dem Ohr verheicke, dann kann ich ihn zweimal treten. Dann kann ich ihn da und da und dann kann ich ihn wieder da treten. So und weil dieses Spiel so sinnlos ist, würde ich euch trotzdem bitten, einen Daumen nach hoch zu geben. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, die nicht unbedingt so nutzlos sind, könnt ihr einfach gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Der Link ist am Ende. Und ich möchte mich einfach mal fürs Zuschauen bedanken und sage Tschüss mit Tschüss. Und ich möchte mich einfach mal fürs Zuschauen.